Und herzlich willkommen hier zu einer neuen Runde Age of Empires 3. Willkommen Leute, Willkommen. Ich will nicht rumquatschen. Außer, dass ihr kostenlos meinen Kanal abonnieren könnt. Und zwar hier oben. Ein Like, ein Abo. Wie gesagt, wie immer. Wäre Ehre. Und ich würde mal sagen, Abfahrt. Was ist hier passiert? Diese achtlose Grausamkeit ist eigentlich nicht meine Art. Aber denke immer daran, Shaden. Männer sind normalerweise nicht hier draußen, um Dinge auf die nette Art zu tun. Das könnten meine Verwandten gewesen sein. Töten oder getötet werden, Junge. Das sollte nichts Neues für einen Mann sein, der das Gemetzel im Bürgerkrieg erlebt hat. Aber wir haben nur gegen Soldaten der Konföderierten gekämpft, nicht gegen Dorfbewohner. Ich sag's nur ungern, aber im Namen des Fortschritts wird es immer ein paar unschuldige Opfer geben. Die Company würde da sicher zustimmen. Kümmern wir uns einfach um diese Reno-Gang und heben wir uns das Gerede über den Fortschritt für später auf. Hilfe! Hilfe! Nach uns kommen noch viele Männer. Bitte, rettet sie! In diesem Salon können wir bestimmt Männer anheuern. Und dann retten sie 20 Bahnarbeiter vor dem Gegnern. Das kann was geben. Hilfe! Die Seox greifen an! Ja! Ja, ich... Ja! Warte mal! Hab ich Food? Ja, super! Äh... Gar nicht! Geld kriege ich so... Ist schon mal gut. Ah, deswegen vielleicht, ne? Handelsposten. Dann krieg ich Geld. Und einer sammelt für mich gerade... Food? Wir haben einige Arbeiter gerettet. Vielleicht finden wir noch mehr. Ah! Jetzt verstehe ich das. Das machen wir auch. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Du bist eine Sache. Hilfe! Boah! Tausend, Alter! Nicht schlecht. Ähm... Ich bin bereit. So... Dann schauen wir mal, was wir hier noch, äh... uns erbauen können. Auch so'n Pferd-Ding, ne? Ist auch nicht schlecht, auf jeden Fall. Okay. Da geht ja fast automatisch hier schon. Kriegen wir hin! Kriegen wir hin! Locker! 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 Ich komme hin! Back הנ! Lebanon! Ja, komm ja! Ich�! Kenn's doch! Boah! Ich komm! Den krieg ich nicht mehr! Loos, lauf zum Dorf! Also, waja! hartnäckig, ne? Mein Fettich! Scheiße! Aua! Gott sei Dank. So, ich brauche... Holz. Aber ihr könnt kein Holz sammeln, warum? Auch kein Food. Dann geht alle... Hier, mach das fertig. Egal. Warum zum Teufel... Gegen wem schiebt? Ich hab ihn! Ich bin bereit, zu erinnern. Gegen wen schiebt... Ach so! Er ist... Ach... Okay! Also 7 von 20 habe ich. Wird doch wohl nicht so schwer sein, oder? Oha, da kommen wieder ein paar. Die kommen ja von irgendwo hier. Ja, ich bin dabei. Was? Wo? Hier? Hier ist auch nichts, ne? Das ist alles Food. Natürlich verarschen oder was? Ich bin bereit. Ich bin bereit. So... 12 von 20. Jetzt kommen nochmal 2, 3, 4, 5. Dann habe ich 17 von 20. Und dann ein Ding noch. Dann wird schon mal... Ey. Ey, 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 ey. Erstmal wieder dann erledigt. Erstmal hier, ne? Prost. Okay. Sure thing. Ja. Wo ist er denn? Ja. Wo ist er denn? Da. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Und so weiter, oder? Ich bin bereit. Wir haben so viele Dorfbewohner gerettet, wie wir konnten. Bauen wir Handelsposten und die Eisenbahnlinie, um die Regierung zu sichern. Handelsposten. Ey! Was ist denn hier los, man? Alter! Hallo! Je mehr Handelsposten, desto reicher werden wir. Ey! Ja, hallo? Das ist schon besser. So. Ihr kommt hierhin und macht an auf Verteidigungsmodus, ne? zack du gehst hoch ihr wein geht auch erst mal und ihr geht eine höher so ihr kommentieren erst mal ganz langsam ganz langsam macht auch ein auf verteidigung ganz einfach so du bauen hat errichten sie drei so einer ja schon ja jetzt holz ne können wir kaufen so einmal zweimal dreimal zwei von drei haben wir entschuldigen sie dass ich nicht so viel rede ich bin heute nicht so ganz gesprächig aber trinke ich gerne ein bieten heute ich mein apfelsaft ja habe jetzt und jetzt habe ich wer ist denn hier so an brüllen ist das fertig schon ne sehr gut dann geht ihr dahin hat auch keinen sinn dann geht ihr dahin und ihr geht hier hin und du gehst dahin und ihr geht dahin und macht den hier so läuft doch die eisenbahnlinie ist fertig für die wirtschaft für die wirtschaft und treiben.